So, willkommen zurück. Weiter geht's mit unserem kleinen... Wo ist er hin? Ach ja, ein Italien. Hahaha. Lusse, lusse, tralalalala. So, unser kleiner Balkon hier. So, und dann könnte man natürlich hier so... Boah. Man kriegt jetzt echt die Schaden für so ein... Für sowas? Oh, der Baum muss weg. Der stört. Hui. Ja. Entschuldigung. Sag ich jetzt einfach mal so. Und dann werden wir hier mal alles aus... Erden. Und die Erde wird nicht reichen. Toll. Also können wir wieder rein. Jetzt können wir hier lang gehen. Boah. Hiiii. Creeper kommt her. Ihr habt keine Chance. Ich kann Karaoke. So, jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Äh, 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 äh. Erde. Erde. Ich weiß auch nicht, warum ich immer wieder hochrenne. Aber ist egal. Ist egal. Ja, ist doch jetzt egal. Das war's viel. Nein, war's nicht. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Kleiner Gedankengang hier noch. So. Nein. Zack. Und. Zack. Und. Zack. Und. Zack. Ja. Kann man so machen? Muss man aber nicht. Ja, Mann. Äh, äh. Ich habe mich verguckt. Wie immer. Ich habe mich einfach total verguckt. In dich. Und dein Geld. Und dein Auto. Und deine Mama. Und dein Gesicht. Überhaupt. So. Jetzt mal wieder alt weg. Sieht kacke aus, Mann. Neu. Haus direkt. TNT. Bäm. Mein Quatsch. Wir machen das Ganze so. Weil das einfach mal viel epischer aussieht. Edler. Nein. Wollt mir doch. Äh. Kann man die so? Nein. Muss ich jetzt extra. Oh. Wird mir glaube ich hier eine Werkbank to go mitnehmen. Zack. Werkbank to go. Die Reisewerkbank für alle Fälle. Sollte man immer dabei haben. Ist ja auch oft so, dass man die Frauen da. Wurft man mal einen Blick in die Handtasche. Haben sie direkt eine Werkbank mit dabei. Müsst ihr mal machen. Sprecht mal einfach eine Frau auf der Straße an. Ey. Wie sieht's aus? Hat sie immer dabei. Immer. Nom 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 nom. Hier die Erde muss jetzt mal weg. Weil. Nein. Ich hab auch keine Schaufel mehr. Eisen bei. Nö. Sticks bei. Ja. So. Machen wir uns jetzt halt eine aus Stein. Ist mir auch Wumpe. Haben wir halt nun eine Steinschaufel. Steine haben wir ja nun erstmal zum Glück genug. Das hier wird alles noch Stein. Alles. Alles wird Stein. Ja. Wieder hoch da. So. Müssen wir mal gucken hier. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Erde. Ja. Ich weiß noch nicht wie wir das hier mit der Ecke machen. Kannst du ja hier schlecht so runter. Oder ziehen wir hier einfach so eine übelste Übermauer. Ich kann's euch nicht so. Ja. Machen wir mal Musik an hier. Sowieso so still. Spacko. So. Was ist eigentlich mit der Musik passiert? Sekunde. So. Wo wir gerade dabei waren. Musik. Musik erfüllt die Herzen mit Liebe. Musik. Leidenschaft. Und. Die Kassen. Der Künstler. Mit Geld. Ja. So ist das. Mit dem Licht. Und wir hauen jetzt hier alles weg. Und dann hauen wir da vorne noch eine Stufe rein. Oder wir gleichen es an. Oder auch nicht. Mal gucken. Wie gesagt. Das wird sowieso alles hier aus diesem Stein. Stein Stufen. Dingens. Wummens. Und dann kommt da vielleicht noch eine hübsche Zäunchen drumherum. Und dann haben wir schon mal fast ein Grundstück. Langweilig. Wow. Holz schaufeln. Ach. Holz. Erde schaufeln. Ja. Viele Männer werden nachzuwachen und denken. Jetzt noch eine Runde schaufeln. Alles klar. Ich sehe schon. Wir werden dafür unseren kompletten Steinvorrat aufbrauchen. Geil. Die Treppe wollte ich noch verschieben. Wurde mir ans Herz gelegt. Dass ich doch bitte die Treppe verschieben soll. Unbedingt. Sonst wird es Tote geben. Und ich werde deabonniert. So. Wieder wohl reichen. So ein bisschen. Na. Framerate. Was ist da los? Jetzt geht es wieder. sehr mysteriös. Sehr mysteriös. So. 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 Und so. Und so. Da ist das erste Stack weg. Ich denke mal bis hier reicht die Treppe. Man muss ja auch nie übertreiben. Oder wie seht ihr das? Meine Stufe. Hey. Stell dich nicht mit mir auf eine Stufe her. So. Ah, 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 ah. Framerate. Danke. Da ist sie wieder. Schön dich zu sehen. Du wurdest schmerzlichst vermisst. Nicht viel, aber ein bisschen. Übertreiben. Ich sehe noch was du auf einbildest. Frau Framerate. Na, ich muss sie zicken. Jetzt ist sie zicke. Jetzt ist sie bockig. Krieg dich ein Mädchen. So, dann werden wir hier noch die Erde wegschaufeln. Nicht das Holz. Die Erde. Ach, ist das wieder spannend. Geil. Für die Erde weghauen hier. Ja, gut, dann machen wir das jetzt hier mit der Hand. So wie ein Schamann. Direkt mit der Hand. Und direkt hauen wir das hier weg. Den ganzen Scheiß. Und dann setzen wir hier. Framerate. Ja, ich würde sagen, es liegt wieder daran, dass meine Festplatte voll ist. Aber zwischenzeitlich geht es wieder. Okay. Hallo. Framerate. Hallo. Es geht hier gar nichts mehr. Oder bad. Ist ja lustig. Jetzt fängt sie sich wieder. Framerate von 9. Jetzt ist es wieder alles super. Ey, alter, ey. Kann da so nie arbeiten. Framerate 8, 7. 3, 7. Auch von jetzt auf gleich. 16, 4, 1. 3, 4. Los. Gib mir mehr Frames, du Sau. Auch Leute, will die Aufnahme noch nicht unterbrechen. Ich bin gerade so voll in meinem Element. Naja gut. Ist ja kein Zustand hier so. Toll. Aber das mache ich hier noch fertig. Krampfhaft. Zwischenzeitlich fängt sich die Framerate immer wieder. So wie jetzt nicht. Ach komm. Junge. Alles klar. Und damit sich meine Festplatte. Ist ja kein Problem. Dann machen wir das jetzt hier fertig. So. Wow. Stimmt da unten. Wow. Alles klar. Ich würde sagen, ich beende jetzt einfach mal den Part. Hier. In der Ecke. Los. Hina. Schaffste. Los. Muss. In die Ecke. Da ist ein Zombie. Aber den töten wir erst im nächsten Part. Tschöö.